Osterhäslinge 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 O, hab mich auch nicht O, hab mich auch nicht große, große Wagen, natürlich O, sind Sino Osterhäslinge O, ja Osterhäslinge 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 Wir haben es mal auf den Stehen, deswegen am 22.9 Uhr 2.14 Uhr und ein bisschen kommen ab, gleich bei der Hier geht es noch ein Moment. Genau. Es ist keine Einführung, die ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich 22.3 bis 2.0 km. Landkreis, Rotenburg und Rübe. Das ist okay hier. Jetzt ist es erst nicht hoch. Das sieht ein bisschen weiter aus. Es geht. Da ist ein ordentlicher Abfluss. Bestattung auf der rechten Seite. Okay. In 300 Metern rechts abbiegen, in die Marktstraße. Dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Jetzt reicht es abbiegen. Ja, jetzt fahren wir rechts. Das ist ja schön. Einmal rechts. Stopp. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Das ist doch oben. Da kommt man ruhig. Jetzt schauen wir uns abbiegen. Genau, das ist gut, um zu spülen. Da hinten, ja. Jetzt rechts der Straße vor. Jetzt schauen wir uns abbiegen. In 200 Metern scharf rechts abbiegen. Auch unter den Eichen. In 300 Metern scharf rechts abbiegen. Dann ist das noch eine gute Tatsache, dass wir... Jetzt scharf rechts abbiegen. Jetzt scharf rechts abbiegen. Ich kann mich nicht so schnell reagieren kann. Nein, da hinten wird es, ja. Hier. Hier. Hier ist rechts. Hier ist rechts. Hier ist rechts. Hier ist rechts. In 300 Metern scharf rechts abbiegen, in die Gleichstraße. Jetzt scharf rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen, in die Markenstraße. Jetzt links abbiegen. Geil, Arbeit. So, hier kann man halt wieder abbiegen. Und links. Easy. 4,2 Kilometer der Strasse folgen. X-DD Als wäre es gutcia investiert. Entsche? Das war das large Reduchstag.